Ich habe in den letzten zwei Spielen mehr Chancen und mehr Möglichkeiten gemacht, um zu gewinnen zu gewinnen. Jetzt muss ich weiterentwickeln, um zu wissen, wie man gewinnen kann. Es gibt viele verschiedene Dinge. Das kann ihnen helfen. Wir haben jetzt ein gutes Training gemacht und ein gutes Video gemacht. Ich bin glücklich für heute. Ich glaube, jeder hat das Gegenteil, dass wir mit jedem mitspielen können, auch gegen Wien. Aber wir brauchen einfach den kleinen Feinschliff noch. Und ja, da müssen wir durch. Da geht jede Mannschaft mal durch. Und ich glaube, wenn wir da durch rauskommen, ich sage nicht einmal Loch, aber wenn wir da rauskommen, sind wir glaube ich noch eine bessere Mannschaft. Ich habe nur eine ganze 60 Minuten gespielt. Ich glaube, wir haben in ein paar von diesen Spielen gut angefangen, aber wir haben sie nicht gewonnen. So ich denke, es ist einfach ein Punkt, um nicht zu halten. Wir haben beide Teams gespielt in den letzten zwei Spielen. Wir haben einfach einen Weg gemacht, um zu machen, um zu machen, um zu machen, um zu machen. Und ich glaube, das war die Penalte, und jetzt haben wir das gemacht. So jetzt müssen wir machen, um zu machen, um zu machen. Das ist Militär. So funktioniert der Beleidigung, die heißt hier, die skeletteذ работы anzulesIP, um zu machen, auf wir es weiter atthen, eine neue 62-jährige Säge. Das Caf cochmer ist zu versagen. Und zur Entfernung,